Gemeinsam mit Landwirten auf der ganzen Welt entwickeln wir seit drei Generationen Maschinen, mit denen man auf jedem Feld das volle Potenzial erreichen kann. Die qualitativ hochwertigen Maschinen zur Bodenbearbeitung, Drill- und Einzelkornsaat von Federstart verschaffen jedem Landwirt den entscheidenden Vorsprung, in dem mehr Fläche in kürzerer Zeit bearbeitet werden kann, ohne an Perfektion einbüßen zu müssen. Unser Know-how basiert auf engster Partnerschaft mit unseren Kunden. Das ist die wichtigste Grundlage unseres Erfolgs. Jeder weiß, bei einer großartigen Partnerschaft geht es immer um Menschen. Und am Ende kommt es darauf an, wer wir sind. UNTERTITELUNG 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 Wir sind Where Farming Starts. Liebe Tempofahrerinnen, liebe Tempofahrer, heute geht es bei uns getreu dem Motto, wir sind das Know-how, welches wir an Sie weitergeben wollen. In diesem Sinne herzlich willkommen zu unserem Online-Training für die Baureihe Fehr statt Tempo V. In den nächsten ca. zwei Stunden werden wir Sie mitnehmen, um die Tempo V gehen und Ihnen sämtliche technische Raffinessen der Maschine erklären. Sollten während des Trainings Fragen auftreten, haben Sie die Möglichkeit, über die Chat-Funktion diese Fragen an uns zu richten und wir werden diese live während des Trainings beantworten. Im Nachgang haben Sie natürlich die Möglichkeit, über unsere E-Mail-Adresse demoteam.fehrstadt.com Fragen zu stellen und wir werden diese auch selbstverständlich beantworten. Zum Start in die Frühjahrssaison stehen wir vom Fehrstadt-Team und unsere Vertriebspartner Ihnen selbstverständlich im Feld zur Seite und unterstützen Sie, damit Sie sicher durch die Saison kommen. Nun genug der langen Worte vorweg. Ich möchte jetzt an meine Kollegin Maria Rettwanz übergeben, welche den ersten technischen Part an der Tempo erklären wird. Ich wünsche allen eine gute, ruhige, störungsfreie Saison. See you in the field! Vielen Dank, Lasse Steinbach! Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, auch von mir herzlich willkommen! Wir freuen uns heute, Ihnen die Tempo Stück für Stück, Bauteil für Bauteil erklären zu können. Ich werde mit dem Fronttank beginnen. Wir stehen bereits vor dem Fronttank mit 2200 Liter Fassungsvermögen. Zu beachten gilt hier die Achslast des Schleppers, wenn Sie mit dem Fronttank voll befüllt im Straßenverkehr unterwegs sind. Der Fronttank wird über die Dreipunktaufnahme mit dem Schlepper verbunden. Nachdem das geschehen ist, verbinden wir die Hydraulik. Darauf achten, immer den drucklosen Rücklauf zuerst verbinden. Anschließend verbinden wir die doppelwirkenden Steuerventile, schwarz markiert, für das Gebläse und optional die Rührwelle. Hier haben wir eine Ölanforderung von 40 Litern vom Schlepper. Nicht vergessen, das Elektrokabel zur Versorgung der Lichter vorne am Fronttank. Mitzuerwähnen der Druckschlaggeber, den wir hier vorne mit verbauen können, wenn dann ein weiteres Steuergerät vorhanden ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann können wir den auch hinten mit dazwischen setzen. Der Druckschlaggeber ist dafür verantwortlich, dass wir den Dünger ein- und ausschalten können im Feld. Mit der Maschine geliefert bekommen Sie zwei Massekabel. Die verbinden Sie mit der Workstation und dem Steigrohr und dann nochmal das zweite vom Steigrohr zum Förderrohr. Dank der Massekabel verhindern wir die elektrostatische Aufladung während des Düngertransportes. Weiterhin finden Sie hier vorne am Rohr zwei Kabel. Das eine Kabel ist dazu da, damit der Fronttank mit der Maschine kommuniziert. Die Daten werden zur Maschine übermittelt. Das zweite Kabel ist die Verlängerung für den Druckschlaggeber, falls wir den eben hinten an der Maschine verbauen möchten. Für den Düngertransport vom Fronttank zur Maschine haben wir Schläuche und Rohre. Die Halterungen dafür werden von Ihrem Vertriebspartner oder von Ihnen traktorspezifisch angefertigt. Bitte beachten Sie dabei, dass die Schläuche keine steilen Bögen werfen dürfen. Das Transportrohr muss waagerecht zum Boden ausgerichtet werden und auch an den Schläuchen die Fließrichtung des Düngers beachten. Dazu sind auf den Schläuchen Pfeilmarkierungen. Nun haben wir bereits den Fronttank mit dem Schlepper verbunden und sind jetzt an der TPV 12, um auch diese mit dem Schlepper zu verbinden. Eine voll ausgestattete TPV 12 kann bis zu 3780 Kilo wiegen. Bitte beachten Sie auch hier unbedingt Abachslasten und Traglasten. Die TPV 12 wird im Dreipunkt mit dem Schlepper verbunden. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die Maschine mittig am Schlepper angebaut wird. Außerdem brauchen wir ein Spreizmaß an den Unterlenkerarmen von 101 cm, was Kategorie 3 entspricht. Wenn wir die Maschine mit dem Schlepper verbunden haben, ist es äußerst empfehlenswert, die Unterlenkerarme stark zu stellen, um zu vermeiden, dass die Maschine im Feld schlenkert. Wir möchten gerne, dass die Maschine gerade dem Schlepper folgt. Im Dreipunkt haben wir die TempoV jetzt mit dem Schlepper verbunden. Als nächstes gilt es, die Hydraulik zu verbinden. Auch an der TPV unbedingt als erstes den drucklosen Rücklauf verbinden und dann weiter mit den doppelwirkenden Steuerventilen. Hier haben wir einmal den roten Kreislauf für die Klappung, den schwarzen Kreislauf für das Gebläse. Hier brauchen wir mindestens 40 Liter Ölleistung vom Schlepper und den gelben Kreislauf einmal für die Spuranzeiger. Nachdem die Hydraulik verbunden ist, fahren wir nun fort, die Elektronik zu verbinden. Dort haben wir zum einen das Datenkabel vom Fronttank zur Maschine verbunden mit der Gateway. Wir haben den siebenpoligen Stromstecker zur Versorgung der Maschine mit Strom für die Beleuchtung. Außerdem gegebenenfalls den Druckschaltgeber zum Ein- und Ausschalten des Düngertanks und den Isobus-Stecker. Den Isobus-Stecker benötigen wir, um die Gateway mit Strom zu versorgen oder, falls wir die Maschine über das Isobus-Terminal fahren wollen, zur Informationsübertragung zum Isobus-Terminal. Nachdem wir auch die Elektronik verbunden haben, dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Düngerschlauch mit dem Verteilerkopf der Tempo zu verbinden. Zur Bedienung dieses Gespannes haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können wir die Maschine über Isobus steuern oder auch über die federstätteigene Lösung, das E-Control. Wenn wir uns dazu entscheiden, die Maschine über Isobus zu steuern, dann ist natürlich sicherzustellen, dass ihr Schlepper dementsprechend ausgestattet ist. Sobald die Maschine über den Isobus-Stecker mit dem Schlepper verbunden ist, dauert es bei eingeschalteter Stromversorgung ca. eine Minute, bis die Daten der Maschine auf das Isobus-Terminal übertragen wurden. Hierbei gilt es sicherzustellen, dass die OT-Funktion aktiviert ist und auch sämtliche andere Freischaltungen genutzt werden. Die zweite Variante zur Bedienung der Maschine ist unsere federstätteigene Lösung, das E-Control. Sobald wir die Maschine über den Isobus-Stecker verbunden haben, wird die Gateway bestromt und wir können unser iPad über WiFi mit der Maschine verbinden. Um das iPad mit der Maschine zu verbinden, öffnen wir das Einstellungsmenü, gehen auf WLAN-Einstellungen, schalten diese WLAN-Einstellungen an und warten, bis unser WLAN-TPV und dann die Nummer erscheint. Die Nummer ist natürlich von der Maschine abhängig. Wir verbinden uns mit diesem WLAN, indem wir das Passwort eingeben. Das Passwort lautet für alle Maschinen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verbinden. Nun ist das iPad mit dem Gateway Ihrer Maschine verbunden. Nun können wir die Federstatt E-Control Lab öffnen. Hier unten auf dem Dashboard sehen Sie ein graues geöffnetes Schloss, das markiert, dass unser iPad das Master-iPad ist. Es ist auch möglich, die Maschine mit weiteren iPads zu kontrollieren. Diese sind dann die sogenannten Slave-iPads. Diese können nur sehen, aber keine Bedienung an der Maschine vollführen. Der Master kann von diesem iPad auch an andere iPads übergeben werden. Dazu muss das Slave-iPad den Master anfragen und wir müssen das von diesem iPad aus bestätigen. Die Slave-iPads erkennt man daran, dass das Schloss hier unten rot und verschlossen ist. Die Übergabe vom Master an ein anderes iPad kann nur bei 0 kmh Fahrgeschwindigkeit ausgeführt werden. Mein Kollege Lasse Steinbach wird jetzt fortfahren und Ihnen die Konfiguration im E-Control erklären. Dazu wird er einmal von mir den Master-Status abfragen. Hier ploppt ein Fenster auf, das fragt Master-Status übergeben. Ja, machen wir. Und Sie sehen, aus dem grauen geöffneten Schloss wird hier ein rotes geschlossenes Schloss. Das heißt, ich habe hier nur noch die Slave-Funktion. Vielen Dank, Maria, für die Übergabe des Master-Status. Ich möchte jetzt zusammen mit Ihnen im iPad die allgemeinen Konfigurationen durchgehen. Hier ist es wichtig, dass bei einer neuen Maschine oder Vorsaison diese ordnungsgemäß geprüft werden, damit alle Bauteile an der Maschine funktionieren. Um die Konfiguration des E-Controls zu prüfen oder durchzugehen, gehen wir in die Einstellung, in die Zahnräder und fangen mit dem Konfigurationspunkt Maschine an. Hier fragt uns jetzt das E-Control, ob wir in diesem Menü wirklich reingehen wollen. In diesem Fall mit Ja bestätigen. Wir sehen eine Auflistung der verschiedenen Konfigurationspunkte der Maschine. Angefangen mit dem Maschinentyp, in diesem Fall die Färscher Tempo V. Dem Saatgutfüllstandswächter, welchen wir aktivieren oder deaktivieren können. Hier empfiehlt es sich für Feinsehmereien, diesen aufgrund einer sehr niedrigen Befüllmenge zu deaktivieren. Hydraulik, die Spuranzeiger, sind Spuranzeiger an der Maschine verbaut, können wir diese hier aktivieren. Druck, hydraulisches Seerregat, sprich wenn die Maschine optional mit dem Doppelwirkendenzylinder für die automatische Reihenbelastung ausgestattet sind, können diese hier aktiviert werden. Sollten Torosionsfeder verbaut sein, kann die Option hier deaktiviert werden. Unten sehen Sie noch drei Menüpunkte, welche hier für Saatgutgebläse in Geltung treten. Wir können hier die Anzahl in Impulsen pro Umdrehung für den Saatgutsensor einstellen. Als nächstes Menü haben wir die Einstellung allgemein. Auch hier können wir wieder mehrere Einstellungspunkte durchgehen. Als ersten Punkt soll eine Fahrgasse angewandt werden, sprich Reihen der Maschine automatisch im Rhythmus abschalten, ja oder nein? Dann wollen wir mit dem Punkt Task Control arbeiten, sprich eine Verbindung für Section Control oder Variable Rate Control mit dem Isobus Terminal herstellen. Die Geschwindigkeit der Vordosierung können wir hier vorwählen. Wir empfehlen etwas zwischen 7 und 5 kmh. Das heißt, wir können mit einer Taste nachher im Homebildschirm die Maschine im Stand anlaufen lassen. Dünger können wir hier auswählen, woher wir den Dünger bekommen. Bei der TPV, in diesem Falle von dem Fronttank FH. Der Fronttank kann optional eine Rührwelle haben. Diese können wir hier aktivieren, deaktivieren oder automatisch laufen lassen. Automatisch laufen lassen heißt, sobald der Fronttank Dünger fördert, ist die Rührwelle aktiv. Sollte kein Dünger mehr gefördert werden, bleibt die Rührwelle stehen, um zu verhindern, dass Dünger zermahlen wird. Pestizid oder Mikroradulat können wir hier vorwählen, sollte die Maschine optional damit ausgestattet sein. Zur Geschwindigkeitsquelle haben wir drei Optionen. Die Geschwindigkeit von dem Radarsensor an der Maschine verbaut zu wählen. Die Geschwindigkeit über die Isobus-Stelle des Schleppers zu bekommen, und zwar die Grundgeschwindigkeit. Eine Geschwindigkeit über das GPS-Signal des Schleppers, wo der Schlupf berücksichtigt wird. Oder die Radgeschwindigkeit, welche wir nicht empfehlen, über den Getriebewellensensor des Schleppers, welche keinen Schlupf berücksichtigt, somit der Schlepper und die Geschwindigkeit etwas verfälscht ist. Die Höhenquelle, auch hier haben wir wieder mehrere Optionen. Einmal die Maschinensensoren, verbaut in den Parallelogrammen der Maschine. Oder wieder über zwei mögliche Isobus-Schnittstellen. Die Hubhöhenposition der EHR des Schleppers, welche wir auswählen können. Und auch ein extra Menü aufploppt, wo wir sehen, wieso sich die EHR des Schleppers befindet. Und wir einen Ausgabestart und einen Ausgabestopppunkt haben, an welchen die Maschine ebenfalls anfängt zu dosieren oder aufhört zu dosieren. Die Anzahl der Reihen und der Reihenabstand, ich glaube, hierzu muss ich nicht viel sagen. Dies ist logisch. In diesem Fall eine achtreihige Maschine auf 450 Millimeter Reihenabstand. Vier verschiedene Punkte mit Prozentzahlen oder Kilogrammzahlen. Hier können wir die Schrittweite der Mehrmenge für Saatgut, Dünger und Mikrogrammlad einstellen. Sprich, wir können während der Fahrt die Menge prozentual erhöhen oder absenken. Oder auch, soll die hydraulische Schadruckverstellung aktiviert sein oder optional vorhanden sein, kann ich hier die Kilogramm-Schritte einstellen, in welchen ich mein Aggregat belaste oder entlaste. Das Einheitssystem metrisch ist, glaube ich, selbsterklärend. Wir wollen in Zentimeter, Kilogramm etc. arbeiten. Sprache automatisch. Hier wird die Sprache des iPads übernommen, welche wahrscheinlich selbstverständlich auf Deutsch gestellt ist. Die Punkte ID und Seriennummer sind optional einzugeben. Hier kann ich meiner Maschine einen Namen geben und die Seriennummer vom Typenschild eintragen. Somit sind wir alle Einstellungspunkte in dem Maschinenmenü und dem allgemeinen Einstellungmenü durchgegangen, haben somit das E-Control fertig konfiguriert und ich möchte nun an meinen Kollegen Sönke Winzer übergeben, der jetzt auf das Dosiersystem des Fronttanks eingehen wird. Danke Lasse für die Überleitung. Auch ich möchte Sie begrüßen. Wir wollen uns jetzt mal mit dem Dosiersystem des Fronttanks beschäftigen. Dazu würde ich Sie einmal ein bisschen dran bitten. Ja, dann schauen wir uns den Dosierer nochmal genauer an. Bevor wir unter den Tank gehen, müssen wir einmal die Abstellstützen runter machen, zur Sicherung des Tanks, damit er uns nicht gefährlich werden kann. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Absperrschieber. Wichtiges Detail, um den Fronttank gegen den Dosierer abzuschiebern. Wenn ich einfach mal an den Dosierer ran muss, ob nun deine Verstopfung ist oder zur Reinigung, kann ich den Dosierer zuschieben und kann jederzeit die Dosierer einfach öffnen. Einfach öffnen ist wirklich sehr einfach. Durch den Bayonettverstoß kann ich den Motor ganz einfach rausnehmen. Ich kann jetzt den Dosierer ausbauen. Das Zellenrad kann jetzt problemlos bis in den Fenix 3 Dosierer rein. Ich kann den sauber machen, reinigen. Mit diesem Zellenrad kann ich eigentlich alle Düngerstärken ausbringen, Düngermengen ausbringen, die ich so habe. Sollte die Düngermenge mal sehr gering werden, ist die Elektronik in der Lage, eigenständig die Motoren ein- und auszuschalten, sodass immer nur ein Motor läuft. Und das sich auch wiederum am Vorgewende automatisch abwechselt, um schlechtes Nachlaufen im Saatank zum Beispiel zu vermeiden. Ich sagte, dieser Dosierer ist der Standarddosierer. Es gibt noch einen Dosierer für mehr Düngermenge und einen Dosierer für weniger Düngermenge. Das Zellenrad stecken wir wieder rein. Bayonettverstoß zu und ich bin wieder startbereit. Hier nochmal ein Tipp aus der Praxis. Wichtig ist es, dass wir zum Tagesende hin den Düngertank leer fahren, damit wir am Morgen den Dosierer, das Zellenrad leicht reinigen können und dann problemlos in den Tag starten. Jetzt sehen wir uns an, wie die Abdrehprobe vonstatten geht. hoc Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Merci, Söckte, für deinen Ausführlichen rundher rewrite critically Themen mit ihr Und gemeinsam mit ihnen die Grundeinstellungen TP, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Mikroanlaststeuer und Glutenräume eingeht. Ja, vielen Dank Lasse. Auch ich möchte Sie nochmal herzlich willkommen heißen hier bei uns im Online-Training. Und ich möchte Sie jetzt einladen, gemeinsam mit mir einmal einen Blick auf weitere Kernkomponenten der TempoV zu werfen. Im Einzelnen das Düngerschar und dann nachfolgend einmal das Sehaggregat. Und ich möchte Sie jetzt einladen, gemeinsam mit mir einmal einen Blick auf weitere Kernkomponenten der TempoV zu werfen. Im Einzelnen das Düngerschar und dann nachfolgend einmal das Sehaggregat. Ja, beginnen möchte ich jetzt an dieser Stelle mit dem Düngerschar. Flexibilität und ein hohes Maß und Anpassungsfähigkeit sind bei der Einzelkornablage ganz, ganz entscheidend. Da spielt es bei uns rein, dass wir den patentierten Rahmen haben, ein patentiertes Rahmendesign. Infolgedessen sind wir in der Lage, die Aggregate der Düngerablage flexibel, je nach Kundenwünschen, auf dem Rahmen hin und her zu montieren. Ganz wichtig dabei ist es zu wissen, dass jede Veränderung bei den Abständen des Düngers immer einhergehen muss mit der Kontrolle der Schrauben, die das Düngerschar im Rahmen halten. Das heißt, wenn wir die Schare umgeschoben haben, müssen die Schrauben am Ende mit 240 Newtonmetern wieder angezogen werden, um ein Verschieben der einzelnen Düngerschar während der Arbeit zu vermeiden. Um am Ende den Pflanzen in der Reihe nicht zu schädigen, geben wir als Empfehlung den Richtwert von 5 bis 7 cm Abstand zur Reihe, damit wir dann halt mit dem aggressiven Dünger keine Verätzungen an den Pflanzen hervorrufen. Die Ablagetiefe spielt bei der Düngerablage auch eine große Rolle. Die stellen wir hier ein mittels eines Exzenters, indem wir einfach den Exzenter verstellen nach vorne und nach hinten. Darüber generieren wir die Ablagetiefe. Sollte das nicht der Fall sein und wir wollen eine gewisse Tiefe haben, die wir über die Einstellung nicht realisieren können, gehen wir her und haben hier das Federpaket und durch Lösen der Schraube hier und Verstelle nach vorne und nach hinten, können wir in dem Fall dann den Druck, mit dem im Prinzip das Düngerschar im Boden arbeitet, verstellen und im Prinzip für schwerere Böden mehr Druck anlegen und für leichtere Böden den Druck entsprechend wegnehmen. Generell zur Einstellung von dem Düngerschar ist es wichtig, dass die Scheibe als Komponente immer den tiefsten Punkt des gesamten Düngerschares bildet und der Einlegerschuh im Hintergrund immer überherstehen muss, um erhöhten Verschleiß am Düngerschuh vorzubeugen. Verschleißt die Scheibe im Laufe der Saison und wird im Prinzip dünner vom Durchmesser, können wir den Schuh als solchen über ein Lochsystem im Hintergrund nachstellen und im Prinzip dann auf den Verschleiß der Scheibe wirken. Ja, wir haben bereits gelernt, dass der Dünger über ein Schlauchsystem bis runter in die Furche kommt. Auch hier haben wir Verschleißerscheinungen. Dabei ist es ganz wichtig, dass wir das Y-Stück und den Diffuser regelmäßig auf Verschleiß überprüfen. Und damit sicherstellen, dass der Dünger an die richtige Stelle kommt. Wer sich nicht sicher ist, wie gut seine Düngerqualität am Ende ist, wir haben seit diesem Jahr im Lieferumfang der Maschine diese Düngerbox dabei, wo wir einfach eine Handprobe des Düngers reinschmeißen können. Durch Schütteln werden die einzelnen Porengrößen bestimmt. Und so kann man relativ schnell sehen, wie viel hochverschleißender Feinanteil in meinem Dünger enthalten ist. Ja, bei Anwendungsbereichen, wo der Dünger nicht unbedingt appliziert werden soll, haben wir die Möglichkeit, auch einzelne Schare oder alle Schare mechanisch in einer hohen Position zu arretieren. Hier die Position letzten Endes in Arbeitsstellung, wo wir Dünger ausbringen können. Und hier im Prinzip über ein mechanisches Hakensystem die abgefangene Version, wo das Scharen nicht am Boden läuft. An dieser Stelle wären wir jetzt durch mit dem Thema Dünge und Düngeapplikationen an der Tempo. Aufgrund steigender Regulationen haben auch wir uns Gedanken gemacht und unsere Hausaufgaben dazu erledigt. Und wie das Thema Mikrogranulathandling aussieht, schauen wir uns einmal auf der anderen Seite an und gucken uns dazu einmal unseren Mikrogranulatstreuer an. Ja, hier sind wir jetzt am Mikrogranulatstreuer oder am Mikrogranulatbehälter. Der Behälter an sich geht über einen Stauschieber auf die Dosiereinheit. Auch hier, bekannt von anderen Komponenten, verwenden wir einen elektrischen Motor zum Dosieren der Mikrogranulate. Von der Dosierung, von der elektrischen Dosierung fällt dann das Granulat in die Furche und wird dann letzten Endes über die Andruckrollen sauber in der Furche eingearbeitet. Der Wechsel der Granulate oder der Dosiermengen erfolgt relativ einfach. Wir öffnen hier die Klappe, schauen auf die Einheit direkt drauf, können dann einmal den Schieber zurücknehmen. Und dann bekannt von den anderen Phoenix Dosierern einfach über den Bajonettverschluss hier öffnen, den Dosierer festhalten, die Rolle hier rausnehmen und sie dann im Folge dessen gegen andere Dosierer für andere Mengen und Granulate entsprechend tauschen. Auch der Zusammenbau der Dosiereinheit ist kinderleicht. Wir nehmen uns den entsprechenden Dosierer, führen ihn hier rein, schieben ihn ganz durch, nehmen den Elektromotor mit dem Bajonettverschluss, führen ihn ein, drehen ihn bis er klickt, kümmern uns dann um die Dosierklappe, fahren die einmal ganz ran, nehmen ihn ein Stück weg, sodass wir am Ende so dicht wie möglich und so dicht wie nötig am Ende an der Einheit dran sind, um den Verschleiß zu minimieren und schließen dann am Ende die Klappe, bis es klickt und sind dann im Prinzip startklar. Wichtig hierbei wäre noch zu erwähnen, dass wir im Bereich der Ablage des Mikrogranulats verschiedene Optionen haben. Hier wäre jetzt einmal ein Spiralrohr verbaut, was relativ flexibel auf Steine etc. wirken kann. Des Weiteren hätten wir auch ein ganz normales Standardablagerohr zur Ablage zur Verfügung. Bedienung der ganzen Einheit erfolgt wie von uns bekannt über das iPad. Die ganze Dosierung, die ganze Abdreh-Funktionalität dann auch entsprechend wie für Dünger und Sämereien. Ja, wir sind jetzt angekommen beim Sehaggregat und bevor wir uns das Sehaggregat im Detail mit seinen Kernkomponenten anschauen, möchte ich Sie einladen, gemeinsam mit mir einmal das Quickstart-Video zum Thema Abdrehen und Kalibrierung anzuschauen. Das ist einladen, was wir sehen, dass wir uns das Sehaggregat im Kernkomponenten haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eine weitere Kernkomponente ist natürlich das Sehaggregat selber. Auch hier nutzen wir den Vorteil von unserem patentierten Rahmensystem. Das heißt, die Sehaggregate werden über Schrauben mit der Rahmenkomponenten verschraubt, um so möglichst flexibel für den Kunden agieren zu können, um verschiedene Reihenweiten, auch während der Saison zum Beispiel beim Umbau von Rübe, Zuckerrübe, auf Mais am Ende reagieren zu können. Ganz wichtig dabei ist, wie auch beim Düngerschar schon angesprochen, dass am Ende von jedem Umbau die Schrauben kontrolliert werden und am Ende mit 240 Newtonmetern wieder angezogen werden, um während der Aussaat dann das Verrutschen der Reihen zu verhindern. Für die Kraftübertragung von der Rahmeneinheit auf das jeweilige Sehaggregat stehen uns bei Federstadt bei der Tempo 2 verschiedene Möglichkeiten und Versionen zur Verfügung. Zum einen haben wir, wie hier an der Tempo V verbaut, um zu sehen, das mechanische Prinzip. Das heißt, wir benutzen eine Feder, die im Parallelogramm der jeweiligen Seeeinheit verbaut ist, die dann über ein Pin, über ein Steckersystem bei Erreichen der Arbeitsposition einen jeweiligen Arbeitsdruck generieren kann. Oder wir benutzen einen doppelwirkenden Hydraulikzylinder anstelle des Federpaketes im Parallelogramm. Dieser ermöglicht uns dann sehr bequem aus der Kabine jeweils den positiven Druck auf die Seeeinheit zu geben oder aber auch gerade im Bereich von Feinseemereien wie Raps und der Zuckerrübe, wo eine flache Ablage sehr wichtig ist, einen negativen Druck auf das Seeaggregat sozusagen, die Seeaggregate leicht an den Boden anzulupfen, um so dann die Ablagegenauigkeit zu realisieren. Hier noch ein Tipp aus der Praxis. Wie weiß ich, dass ich genug Schardruck habe? Ich fahre die Maschine an Arbeitsposition, gehe dann an das Tiefenführungsrad und will sehen, dass ich das Rad gerade eben noch mit dem Fuß bewegen kann. Lässt es sich gar nicht mehr bewegen, weiß ich, ich habe viel zu viel Schardruck, kann ich es ganz leicht durchdrehen, weiß ich, ich habe zu wenig Schardruck. Ja, dann schauen wir uns jetzt nochmal an die einzelnen Komponenten der Tempo. Wir fangen hier an mit dem Saatgutbehälter, hier drunter das Gildstring Seeherz in Verbindung mit Komponenten des Powershoot-Systems, bestehend aus dem Saatsensor, dem Schussrohr. Die beiden Tasträder mit ihrem Anschlagsystem für die Tiefenführung. Zwischen den Tasträdern haben wir einen Zweischeibenschar, was im Prinzip die Furche öffnet, dann die Fangrolle und im hinteren Bereich, in diesem Falle, eine verstellbare Andruckrolle. Um das Gildstring Seeherz zu verstehen, ist es im Vorfeld wichtig zu wissen, dass wir bei allen Tempomodellen über ein Überdrucksystem sprechen. Das heißt, die Saatgutablage erfolgt immer mittels Überdruck und dann einem Schuss in die Furche. Dann wollen wir uns jetzt einmal das Seeherz etwas genauer anschauen. Hierzu öffnen wir werkzeuglos den Deckel des Seeherzes, indem wir die Verschlüsse um eine Viertelumdrehung wegdrehen und dann am Ende den Deckel mit seinen Komponenten in der Hand haben. Wichtig hierbei ist, dass in dem Deckel wir immer eine Dichtung haben. Diese Dichtung dichtet im Prinzip den Übergang von dem Deckel auf das Seeherz ab, um auch hier möglichst wenig Druck zu verlieren und eine möglichst hohe Präzision bei der Saatablage zu haben. Im Deckel selber finden wir mehrere Komponenten. Zum einen das Knockout-Wheel, welches auf einem Arm gelagert ist. Hierbei ist wichtig, den Verschleiß im Blick zu haben von sowohl dem Knockout-Wheel als auch die Gängigkeit von dem Arm, sodass die perfekte Sauberkeit von der Lochscheibe zu jedem Zeitpunkt gewährt ist. Weiter haben wir hier die Druckrolle, die am Ende das Korn von der Scheibe loslässt und im Prinzip die Ablage ermöglicht. Hier ist es wichtig zu prüfen, ob die Rolle in gutem Zustand ist oder ob Verschleißerscheinungen auftreten, sollte dies der Fall sein, dann über den Fachhandel ein Ersatzteil dafür bestellen. Im Gehäuse selber finden wir dann noch zwei Ersatzteile, einmal ein weiteres Knockout-Wheel und hier den Clip, der am Ende die Saatsscheibe auf dem Saatmotor hält. Dann gehen wir weiter und schauen uns einmal das Innenleben des Seeherzes an. Dazu öffnen wir einmal den Verschluss, nehmen die Lochscheibe raus. Ganz wichtig hierbei ist es, dass wir wissen, dass wir verschiedene Lochscheiben haben für verschiedene Einsatzbereiche, die wir uns hier einmal anschauen können. Das heißt, man sieht anhand der Größe der entsprechenden Bohrungen können wir hier verschiedene Kulturen pflanzen. Dabei ist es wichtig, dass die Scheiben immer in Verbindung mit den verschiedenen Knockout-Wheels auf dem Halter im Deckel hier letzten Endes getauscht werden, da ansonsten die Reinigungsfunktion der Lochscheibe nicht mehr oder nur bedingt gegeben ist. Als nächstes schauen wir uns den Stauschieber an, um im Falle des Falles Störstoffe aus dem Seeherz zu entfernen, haben wir hier einen stufenlos einstellbaren Stauschieber verbaut. Dieser muss außerdem bei jeder Fruchtwechselart entsprechend der Bedienungsanleitung eingestellt werden, um so ein überfüllendes Seeherzes gerade im Bereich von Feinseemereien zu vermeiden. Im Laufe der Funktion geht die Saat dann hier oben einmal durch den Singulator. Der Singulator ist mechanisch geregelt und kann über das Rad hier oben entsprechend näher drangestellt werden an die Lochscheibe oder weiter weg. Dies hat einfach die Funktion, dass wir uns darüber die Sicherheit verschaffen, dass immer nur ein Samen, ein Saatkorn pro Loch auf der Scheibe platziert ist und keine doppelten Samenplätze genommen werden. Dann haben wir hier im weiteren Verlauf das Gitter. Hier nun zu sehen der Aufbau für die Maisablage, das heißt ein grobes Gitter. Sollten wir Feinseemereien sehen wollen, haben wir hier nochmal ein feineres Gitter, welches wir dann auch im Laufe des Fruchtwechsels einmal austauschen, sodass wir hier dann keine Ausfälle haben. Im weiteren Verlauf dann hier an dem Saatrohr das Mundstück. Das Mundstück liegt an der Scheibe an und streift dann das Korn ab. Auch hier ganz wichtig zu prüfen, ob am Ende das Mundstück letzten Endes in einwandfreiem Zustand ist, sodass wir auch wirklich jedes Korn abstreifen und dann letzten Endes über die Powershoot-Technologie in die Erde hineinschießen können. Weiterhin hier unten gelb sehen wir auf der Seeherz-Rückseite die Restmengenentleerungsfunktion. Das heißt, wir können diese Öffnung öffnen, um dann letzten Endes das Seeherz völlig beim Wechsel auf eine andere Frucht zu entleeren und entsprechend sauber zu machen. Dann bauen wir das ganze Seeherz wieder zusammen. Dafür nehmen wir uns entsprechend eine Lochscheibe, packen die auf die Welle hier oben drauf, verriegeln den Bajonettverschluss. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Scheibe am Ende korrekt sitzt letzten Endes. Sie darf nicht zu stark an dem Gehäuse anliegen und einen zu hohen Widerstand oder eine zu hohe Belastung des Motors verursachen, darf aber auch nicht zu locker sein und somit ein Zermahlen von den Körnern im Prinzip verursachen. Um dies einzustellen, lösen wir einmal den Clip und drehen dann die Scheibe auf der Welle eben gerade so, dass die Scheibe anliegt und verriegeln dann mit dem Sperrclip die Scheibe. Wir nehmen uns dann unseren Gehäuseteil, unseren Deckel, setzen ihn auf, verriegeln ihn und verriegeln entsprechend beide Verriegelungen des Seeherzs. Und wie das Powershoot-System funktioniert und auch der Singulator an dem Guildstring-Seeherz eingestellt werden muss, das schauen wir uns jetzt in einer kleinen Simulation an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier nochmal ein Tipp aus der Praxis. Gerade wenn es um Fehlstellen bzw. Doppelbesetzungen auf der Lochscheibe geht, dazu bauen wir alles noch einmal auseinander und schauen uns das an. Der Singulator, den können wir einstellen, haben wir Doppelstellen auf der Lochscheibe, ist der Abstand zu groß. Das heißt, durch Wirken auf dem Singulator müssen wir den Abstand verringern, das heißt die Nummer auf dem Singulator muss kleiner werden. Wir gehen im Prinzip dichter ran. Sollten wir Fehlstellen haben, sollten wir Fehlstellen auf der Scheibe müssen wir den Abstand vergrößern, das heißt die Nummer muss größer werden. Dementsprechend regeln wir hier oben die Abstand weiter rauf und können somit die Einstellungen optimieren. Dann schauen wir uns jetzt noch einmal etwas genauer den Sensor hier an, das heißt der SAT-Sensor hat eine LED, die uns über verschiedene Farben auch verschiedene Aussagen ermöglicht. Im Idealfall ist die LED, so wie hier zu sehen, grün, das heißt es signalisiert, die Maschine ist betriebsbereit. Ist die Maschine am Arbeiten aktiv im Feld, wird diese LED grün blinken und die Körnerzählung im Prinzip uns zeigen außerhalb. Sollte die Maschine aktiv verstopft und verschmutzt sein, ist dies eine rot blinkende LED, das heißt hier müssen wir hergehen und reinigen. Ist ein schwerwiegender Fehler vorhanden, wird sie dauerhaft rot leuchten und dann müssen wir untersuchen, was das Problem ist. Am Morgen, wenn wir die Maschine starten, können wir hier oder werden wir hier eine gelbe LED sehen. Im Idealfall für eine Sekunde und dann sollte sie umswitchen in grün oder rot. Sollte das länger dauern, auch hier ein Indikator dafür, die im Lieferumfang enthaltenen Flaschenmürste einmal zu nehmen und die See-Einheit einmal mit vielleicht ein bisschen Seifenwasser auszureinigen und so den Betriebsfürstand wiederherzustellen. Einen besseren Einblick kriegen wir, wenn wir die Tiefenführungsrolle einmal entfernen. Hierzu entnehmen wir den Sicherungsstift, entnehmen die beiden Scheiben, die sich auf der Welle befinden und können dann das Tiefenführungsrad einmal von der Welle runternehmen, legen es zur Seite und blicken jetzt auf das Scheibenschar. Wichtig hierbei wäre direkt zu prüfen, wie der Verschleißzustand von dem Abstreifer ist. Hierzu ziehen wir den Halter einmal von der Scheibe ab und schauen uns den Abstreifer an, um zu sehen, wie der Verschleißzustand ist und ihn gegebenenfalls zu ersetzen. Dies sollte allerspätestens im Regelfall nach maximal 350 Hektar erfolgen. Eine weitere Verschleiß-Einheit ist das Doppelscheibenschar. Hierzu empfehlen wir aus der Praxis den Visitenkartentest. Dazu nehmen wir einfach eine Visitenkarte und hält die Visitenkarte, wenn wir sie zwischen die beiden Scheiben einklemmen, ist der Verschleißgrad noch nicht erreicht, fällt sie durch, müssten wir entsprechend nachstellen. Wenn wir feststellen, dass die Visitenkarte nach der Prüfung der Abstände nicht mehr hält, ist es ein Indiz dafür, dass wir die Seescheiben nachstellen müssen. Dies machen wir wie folgt. Wir entfernen mit einem Schraubenzieher die Staubkappe. Dann blicken wir auf eine Mutter, die die Scheibe festhält. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass wir maschinenseitig links- und rechtsseitige Gewinde haben. Dies ist auf der Mutter entsprechend gekennzeichnet. Selbige wollen wir jetzt lösen mit einem 24er-Nutzschlüssel. Drehen diese im Prinzip ab. Haben dann freien Zugang auf die Scheibe. Bauen diese einmal ab. Auf die Seescheibe. Wenn wir das gemacht haben, haben wir hier eine dickere Distanzscheibe, die wir abnehmen können. Und dann haben wir drei der sogenannten Millimeterscheiben. Die nehmen wir ab. Und mit Hilfe dieser Millimeterscheiben können wir letzten Endes dem Verschleiß der großen Scheiben entgegenwirken. Hierzu packen wir dann nur noch zwei der Millimeterscheiben zurück. Nehmen dann die große Scheibe. Setzen sie zurück auf die Welle. Nehmen jetzt die Seescheibe. Setzen diese drauf. Und die letzte Millimeterscheibe, die wir haben, setzen wir außen auf, bevor wir die Mutter aufsetzen. Und haben so den Abstand zwischen den Scheiben um einen Millimeter verringert. Ziehen die Scheibe einmal an. Nehmen die Staubkappe her. Und versiegeln die Mutter. Ganz wichtig dabei ist, dass der Vorgang auf beiden Seiten entsprechend gleich ausgeführt werden muss. Das heißt, entfernen wir eine Millimeterscheibe. Auf der einen Seite müssen wir dieselbe Anzahl, also eine andere, auch auf der anderen Seite entfernen. Die Androckrolle, die die Saat in der Furche stoppen und platzieren soll, damit das Saatgut den Kontakt zum Boden und den Nährstoffen hat, am Ende platziert, wird auf zwei Arten mit der Maschine verbunden. Einmal auf eine starre Art, das heißt über ein Lochbild und verschiedene Schraubmöglichkeiten kann dann die Einstellung vorgenommen werden. Oder wie hier zu sehen, über eine federbelastete Aufhängung. Man sieht, ich kann hier am Ende die Andruckrolle bewegen. Und wenn ich hier eine Änderung vornehmen will, hänge ich die Feder aus und kann sie in eine andere Position hängen, um somit mehr Druck oder weniger Druck auf die Fangrolle zu geben. Dabei ist zu wissen, dass wir nach hinten gehend den Druck erhöhen und nach vorne gehend den Druck verringern. An der Stelle nochmal ein Tipp aus der Praxis. Um die Verformung von den Fangrollen möglichst gering zu halten, können wir oder sollten wir vor der Einwinderung darauf achten, dass wir die Fangrollenhalte entsprechend entspannen. Bei der Federbelasteten relativ einfach, da haken wir einfach die Feder um. Bei der starren Ausführung schrauben wir die Verschraubung los und wählen eine hohe Position, um die Deformierung der Fangrolle möglichst gering zu halten. Bei Andruckrollen haben wir generell zwei verschiedene Andruckrollenhalter. Wir sehen hier einmal den starren Andruckrollenhalter und haben hier den verstellbaren Andruckrollenhalter. Schauen wir uns den verstellbaren Andruckrollenhalter etwas genauer an. So sehen wir, dass wir bei beiden Modellen den Auflagedruck verstellen können. Dies machen wir mittels diesen Hebels. Das heißt, wir können über eine Feder den Auflagedruck erhöhen, indem wir die Feder nach oben oder den Hebel nach oben versetzen. Verringern, indem wir ihn nach unten versetzen. Wir haben Einfluss auf den Abstand der Scheiben zueinander. Dies stellen wir ein mit den Scheiben, die Sie hier sehen. Das heißt, wenn wir die Scheiben auseinander machen wollen, setzen wir die Scheiben von außen nach innen, erhöhen den Abstand zueinander. Entsprechend andersrum, wenn wir den Abstand verringern wollen, nehmen wir die Scheiben entsprechend von innen nach außen, kommen so dichter zusammen. Hinzu kommt, dass wir hier an diesem Modell werkzeuglos auch den Winkel zueinander verstellen können. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal an. Eine weitere Option am Seeaggregat ist der Klutenräumer. Den sehen wir hier. Aktuell ist der Klutenräumer in seiner höchsten Position, in der sogenannten Parkposition. Er ist verriegelt über den Bolzen und wird somit oben gehalten. Um ihn in die Arbeitsposition zu versetzen, entfernen wir diesen Bolzen, lassen ihn auf die Arbeitsposition herab. Um ihn dann einzustellen in der Höhe bzw. in der Arbeitstiefe, bedienen wir uns hier diesen Exzenters und können durch das Verstellen von dem Exzenter letzten Endes den Klutenräumer höher oder flacher stellen, um entsprechend so auf die Gegebenheiten einzuwirken. Den Druck, mit dem der Klutenräumer arbeitet, stellen wir über den Griff an der Feder ein. Über das Rausziehen der Feder und Versetzen können wir somit den Druck auf den Klutenräumer einstellen. Als Hinweis zur Arbeit sollte man wissen, dass der Klutenräumer nur so tief wie eben nötig arbeitet, um entsprechend große Steine und Erntrückstände aus der Furche zu entfernen. Zusammenfassend noch einmal die wichtigsten Fakten. Beim Düngerschar sollten wir darauf aufpassen, dass wir bei dem seitlichen Versatz ungefähr 5 bis 7 cm weg sind von der Saatreihe und ungefähr 3 cm unterhalb der Saatreihe liegen. Die Klutenräumer sollten so tief arbeiten wie nötig, um eben nur Steine und Erntrückstände aus der Furche rauszuräumen und nicht zu viel Verschleiß zu verursachen. Das Tiefenführungsrad oder generell die Tiefenführung der Maschine sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden und sollte auch eben nur so viel Druck erfahren wie nötig, um eben eine sichere Ablage des Saatkurs zu gewährleisten. Selbes gilt für die Fangrolle. Auch hier sollten wir in regelmäßigen Abständen kontrollieren und eben sehen, dass wir kein Verrollen des Saatkornes in der Furche haben, sondern dass jedes einzelne Korn von der Fangrolle gefangen und an den Boden angedrückt wird. Schlussendlich bei den Andruckrollen sollten wir auch hier darauf achten, dass die Abstände passen und auch der Druck entsprechend zu den Bodenverhältnissen gewählt ist, damit wir ein perfektes Endergebnis erzielen können. Schlussendlich soll nicht heißen, dass wir an dieser Stelle mit unserem Online-Training bereits durch sind, sondern ich übergebe an dieser Stelle nochmal an meine Kollegin Maria Redwanz, die noch einige Informationen zum Thema E-Control für Sie dabei hat. Vielen Dank, Daniel. Ich möchte jetzt nochmal etwas detaillierter auf unser E-Control eingehen. Wenn Sie sich bei dem Kauf der Maschine für die Option E-Control entschieden haben, bekommen Sie nicht nur das iPad geliefert, dazu gibt es automatisch auch den E-Keeper. Der E-Keeper ist nicht nur eine Halterung für das iPad, er ist auch Bedienteil. Wir haben hier verschiedene Knöpfe, die mit verschiedenen Bedienungen belegt sind, was eben bei der Aussage während der Fahrt relativ hohe Geschwindigkeiten, viel einfacher ist, hier Knöpfe zu bedienen, als auf dem Touchscreen rumzudrücken. Außerdem haben wir automatisch hier einen Anschluss für die Stromversorgung, so wird das iPad auch während der Fahrt stetig geladen. Jetzt werde ich nochmal auf den Home-Bildschirm eingehen. Auf dem Home-Bildschirm haben wir hier oben drei verschiedene Anzeigen, die wir uns individuell belegen können. Hier kann ausgewählt werden zwischen Überdruck der Maschine in Kilopascal, Gebläse-Drehzahl für Saatgut, Gebläse-Drehzahl für Düngerausbringung, die Fahrgeschwindigkeit. Bei der Auswahl von hydraulischer Schardruckverstellung wird hier noch die Option gezeigt, Öldruck im System und der Hektarzähler. Unter diesen drei frei belegbaren Tasten haben wir eine Live-Kontrolle für die Ausbringung verschiedener Güter, Saatgut, Dünger, Mikrogranulat. Hier haben wir auch die Möglichkeit, während der Aussaat mehr oder Mindermengen einzustellen, einfach durch das Betätigen der Plus- und Minus-Tasten. Möchten wir mit Plus-10% Aussaatstärke fahren, bestätigen wir mit Fertig und kommen auch hier unten angezeigt, dass wir jetzt Plus-10% Saatgut ausbringen. Durch das Bedienen der Zurücksetzen-Taste sind die Grundeinstellungen wiederhergestellt und wir bringen die originale Aussaatstärke aus. Hier unten sehen wir dann das Statistikdiagramm. Hier werden uns die letzten 20% Genauigkeit bei der Ausbringung pro einzelne Reihe angezeigt. Sollten die Balken nach unten ausweichen, bedeutet das, wir haben Fehlstellen. Weichen die Balken nach oben aus, haben wir Doppelbelegung. Das ist ganz normal, dass die Balken etwas tanzen. Solange sie im grünen Bereich sind, ist alles okay. Sollten Sie kurzzeitig in Gelb abweichen, kein Grund zur großen Sorge. Sobald die Balken rot leuchten, unbedingt stehen bleiben, überprüfen, woher der Fehler kommen kann. Sollten Sie nicht mit Teilbreitenschaltung fahren, automatisch, haben Sie auch die Möglichkeit, durch Berühren der Reihen, die Reihen einzeln manuell abzuschalten und selbstverständlich auch wieder einzuschalten. Im rechten Feld des Hohenbildschirms haben wir weitere Bedientasten. Ganz oben sehen wir den Zähler für die Fahrgassenmarkierung. Wir sehen, dass wir im Rhythmus jetzt in der zweiten von vier Spuren sind und dass der nächste Turn nach rechts gehen soll. Unter den Fahrgassen sehen wir die Spuranzeiger-Menüs. Hier auf diesem Bedienknopf können wir vorwählen, welcher Spuranzeiger als nächstes hinauskommen soll. Hier können wir automatisch Wechsel von links auf rechts aktivieren. Unter den Spuranzeiger sehen wir den Knopf zum Vordosieren. Hier ist es wichtig, dass wir jedes Mal, wenn das Gebläse aus war, diesen Vordosierknopf einmal betätigen, um sicherzustellen, dass sich das Saatgut auf der Lochscheibe befindet. Unter dem Vordosierer haben wir den Fahrgassenstopp. Wenn wir eben im Feld unterwegs sind, die Maschine ausheben möchten, ohne dass die Fahrgasse weitergezählt wird, deaktivieren wir diesen Knopf. Solange der Knopf grün leuchtet, aktiviert ist, wird beim Ausheben und Einsetzen der Fahrgassenrhythmus weitergezählt. Hier unten sehen wir noch den Fronttank einmal dargestellt. Wir sehen, dass der aktiviert ist. Wenn wir losfahren, wird Dünger ausgebracht. Unter dem Fronttank diese zwei Punkte symbolisieren die Dosierer. Wenn die grün leuchten, sind die an. Wenn die grau sind, sind sie aus. Und es kann eben auch sein, dass nur ein Dosierer eingeschaltet ist. Dann sehen wir hier unten im Homebildschirm noch weitere Menüpunkte. Zum einen das Menü, in dem wir die Möglichkeit haben, bei hydraulischer Schardruckverstellung eben diesen zu regeln. Wir sehen, jetzt ist die Reinheitheit mit minus 15 Kilogramm belastet. Das kann ich nach oben regulieren. Also wir bringen jetzt Gewicht auf die Reinheit oder wir entlasten die Reinheit. Hier haben wir auch den Ein- und Ausschalter für die Arbeitsbeleuchtung. Dann können wir ins Statistikmenü gehen. Hier haben wir verschiedene Zähler. Wir haben einmal den Tageszähler, wir haben den Saisonzähler und den Gesamtzähler. Tages- und Saisonzähler können wir zurücksetzen. Der Gesamtzähler bleibt, wie er ist. Hier können wir auch pro Reihe die Genauigkeit oder die Performance während des Zählerrhythmus nachverfolgen. Wenn Sie also diese Saison gelegt haben, können Sie genau nachverfolgen, wie genau jede Reihe gelegt hat. Dann haben wir das Alarmmenü. Hier werden alle Alarme aufgezeichnet. Sie verschwinden nur, wenn wir sie manuell löschen. Solange wir gelbe Alarme haben, besteht kein großer Grund zur Sorge. Das sind Warnungen, sobald Sie hier einen roten Alarm sehen, hört die Maschine auf zu drillen und der Alarm wird nicht nur hier angezeigt, der poppt dann auch im Home-Bildschirm bei der Aussaat aus. Also rote Alarm bedeutet, die Maschine hört auf zu legen. Sie sollten sofort stehen bleiben und überprüfen, was da los ist. Der nächste Menüpunkt hier unten in der Leiste sind die Einstellungen. Hier gucken wir uns noch einmal die Fahrgasseneinstellungen an. Das Menü sieht dann so aus. Hier gilt es, verschiedene Werte einzugeben. Die Gerätebreite, also quasi die Fahrgassenbreite Ihrer Maschine, in diesem Fall als 24 Meter voreingestellt. Dann einmal der Achsabstand, hier auch schon zwei Meter voreingestellt und die Reifenbreite mit 80 Zentimeter eingestellt. Wahrscheinlich wollte der Kollege hier noch mal eine Gülleausbringung vornehmen. Dann können wir eingeben, ob die erste Wendung nach dem Beginn des Legens nach links oder rechts sein soll. Falls Sie eben links im Feld anfangen, wenn Sie das erste Mal nach rechts, fangen Sie rechts im Feld an, wenn Sie das erste Mal nach links. Hier schon voreingestellt. Dann sagen wir, der Computer soll das bitte einmal berechnen und er gibt uns vor, dass wir hier einen Vierer-Fahrgassenrhythmus haben und wir sehen sogar, wo die Fahrgassen angelegt werden. Das wird jetzt alles automatisch von der Maschine geregelt und wir müssen nur darauf achten, dass wir auf der richtigen Seite des Feldes anfangen zu legen. Außerdem gibt es in diesem Menüpunkt noch weitere Einstellpunkte. Zum einen die Saatgutmenge im benachbarten Rhein neben der Fahrgasse. Die können wir prozentual erhöhen, hier jetzt auf plus 10 Prozent eingestellt. Außerdem können wir hier vorwählen, ob in unserer Maschine Whitelining verbaut ist, ja oder nein. Jetzt wäre es aktiviert. In unserer Schulungsmaschine gibt es das nicht, deswegen deaktiviere ich das wieder. Des Weiteren haben wir hier das Alarmmenü. Hier sind verschiedene Alarmstartstufen bereits ab Werk eingestellt, zum Beispiel Alarm für Abweichungswerte, niedrigere Gebläse, Drehzahl und weitere. Wir empfehlen, dass Sie hier keine Veränderungen vornehmen. Die Werte sind ab Werk gut durchdacht. Sie sind nicht zu sensibel, aber sensibel genug, um Sie im Falle eines Problems frühzeitig darauf aufmerksam zu machen. Dann möchte ich Sie gerne noch auf das Reihenkonfigurationsmenü hinweisen. Dieses Menü bitte ich Sie nur zu betreten, wenn Sie wirklich eine Veränderung vornehmen möchten. Das ist nur der Fall, wenn Sie die Maschine umgebaut haben, zum Beispiel von 8 auf 12 Reihen oder andersrum. Etwaige Veränderungen, die dann vorgenommen werden müssen, finden Sie in der Bedienungsanleitung. Bitte halten Sie sich daran, weil man sonst wahllos hier drin rumstellt und ausprobiert, besteht die Gefahr, dass man mehr Schaden darin richtet, als Gutes tut. Nun haben wir uns die meisten Menüpunkte hier angesehen. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, ist der einzige Punkt, den wir ausgelassen haben, das Task Control. Und dazu würde ich gerne an meinen Kollegen Lasse Steinbach abgeben, der Ihnen dieses im Detail erklärt. Vielen Dank, Maria. Ja, einen Menüpunkt haben wir noch in dem Menü Allgemeine Einstellungen übergelassen. Das Menü Task Control. Dieses Menü nutzen wir, wenn wir zusammen mit dem Isobus Terminal des Schleppers die Maschine über Section Control, sprich Teilbreitensteuerung schalten wollen, oder über Variable Ray Control, sprich die Ausbringbanksteuerung. Folgendes muss konfiguriert werden. Wir haben hier oben den Punkt Saatgut Section Control. Dieser muss aktiviert werden, wenn die Maschine über das Isobus Terminal die Teilbreiten für Saatgut einzeln schalten soll. Der Punkt Anzahl der Saatgut Sektionen ist glaube ich selbsterklärend. In diesem Fall bei einer achtreihigen Maschine haben wir acht einzelne Sektionen, sodass jede Reihe einzeln an- und ausschaltet. Für Dünger haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können als erste Möglichkeit Sektionenkontroll für Saatgut folgen, sprich der Dünger würde immer zusammen mit einer Saatgut Sektion anschalten. Für die Fronttank-Sämaschine im Heckkombination empfehlen wir diese Einstellung nicht, weil der Dünger wesentlich zu spät an das Saatkorn gelangen würde. Empfehlenswerte Einstellungen sind Sektionen für Dünger verwenden, sprich wir würden auch den Dünger über das Isobus Terminal in einzelnen Teilbreiten schalten. Oder die Variante, wenn wir ein Isobus Terminal haben, welches nur ein Produkt für Sektion Control kann, kein Sektion Control und wir würden den Dünger, wie heute schon erklärt, über den Druckschlaggeber oder die Tasten im iPad an- oder abschalten. Da wir an dieser Maschine ein Isobus Terminal haben, welches nur Sektion Control für ein Produkt kann, wählen wir die Option kein Sektion Control für Dünger aus. Für die optionalen Mikrogranulat Streuer haben wir auch mehrere Optionen. Hier ist die Option Sektion Control für Saatgutfolgen möglich, da der Mikrogranulat Streuer relativ dicht am Seeschar sitzt. Weitere Optionen wären beim Isobus Terminal mit Sektion Control für mehreren Produkten auch hier eigene Verzögerungszeiten einzustellen, sprich eigene Sektion für das Mikrogranulat verwenden. Oder die Option kein Sektion Control für die Mikrogranulat Streuer würde auch bestehen, sprich das Mikrogranulat würde dauerhaft laufen. Nun gehen wir aus dem Mikrogranulat Sektion Control Menü wieder raus und sehen hier drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die Ausgabesteuerung. Die Ausgabesteuerung oder auch in Fachkreisen Variable Rate Control genannt, besteht bei unser Tempo für Saatgut, Dünger oder Mikrogranulat. Wähle ich hier eins der Produkte an, erwartet unsere Maschine von dem Schlepper eigenen Isobus Terminal Sollwerte für die Ausbringmengenregulierung, beispielsweise für das Saatgut in Körner pro Hektar oder für Dünger und Mikrogranulat in Kilogramm pro Hektar. Als letzten Einstellpunkt haben wir noch unsere Offsets oder Geometriemaße der Maschine. Diese sind von Werk aus ausgemessen und in Millimeter angegeben. Erster Punkt ist der Punkt A, Steckverbinder Offset X, hier mit 0 Millimeter angegeben. Da unsere Maschine mittig vom Schlepper angehängt ist, haben wir keinen Seitenversatz, sprich der Seitenversatz steht auf 0 Millimeter. B, Steckverbinder Offset Y, ist die Distanz von Mitte Unterlenkerhaken des Schleppers bis zum Seestart zu dem Punkt, wo das Saatkorn in den Boden gelangt, in diesem Fall 1300 Millimeter. Ich habe eben den Unterlenkerhaken schon erwähnt. Bei dem Punkt Steckverbinder können wir mehrere Kupplungskumpel des Schleppers auswählen, in diesem Fall die Dreipunktkupplung montiert. Um die Geometriemasse weiter fortzusetzen, scrollen wir etwas hoch und sehen hier noch den Punkt C, Sektion Offset Y. Dieser Punkt kommt nur bei Maschinen zu tragen, welche eine eigene Achse oder ein Fahrwerk haben, was bei der TPV natürlich nicht der Fall ist, dieses Maß somit auf 0 Millimeter steht. Nun möchte ich nochmal zu den Verzögerungszeiten kommen, sprich die Section Control Ausschaltzeit und die Section Control Einschaltzeit. Beide sind hier von Werk an mit 300 Millimeter angegeben. Eine kurze Erläuterung zu diesen Zeiten. Die Section Control Einschaltzeit ist die Zeit, welche das Saatkorn von der Lochscheibe benötigt, um in den Boden zu gelangen. Die Section Control Ausschaltzeit ist die Zeit, welche das Saatkorn noch braucht, wenn die Lochscheibe gestoppt ist, dass das letzte Saatkorn in den Boden gefallen ist. Hier nochmal ein Tipp aus der Praxis. In den zwei folgenden Animationen können Sie sehen, wie Sie die Verzögerungszeiten richtig einstellen, sprich die Verzögerungszeiten einstellen, wenn Sie vom Vorgewende ins Stück fahren oder vom Stück ins Vorgewende. Musik Wir haben sämtliche Quickstart Filme erstellt, welche einmal die Einstellungen in unserem E-Control Bedienteil erläutern und auch die Einstellungen in dem schleppereigenen Isobus Terminal. So, nachdem alle Einstellungen an der Maschine getätigt wurden, sind wir nun bereit für die Saison und können auch starten. Aber was mache ich mit der Maschine eigentlich nach der Saison? Hierfür möchte ich nochmal an meinen Kollegen Sönke Winzer übergeben, welcher auf die Themenbereiche After-Season-Check und Wartung und Pflege eingeht. Danke Lasse. Last but not least wollen wir jetzt nochmal auf die Pflege und Wartung eingehen und wie wir die Maschine gut übers Jahr bringen können, wenn wir sie nicht im Einsatz haben. Als erstes ist es wichtig, den Wartungsplan zu beachten, ist in der Bedienungseinordnung beschrieben, zum Beispiel alle Schmierstellen regelmäßig mit Fett zu versorgen. Ganz wichtig, weil es jeder, der schon mal mit Dünger zu tun gehabt hat, ist die Pflege und Wartung gerade im Düngerbereich. Und da müssen wir unbedingt gut waschen, Elektromotoren beachten. Aber ansonsten gut waschen sind alles Edelstahlteile oder Kunststoffteile, die das Wasser nichts anhaben kann. Wenn das Waschen abgeschlossen ist, nehmen Sie ruhig den Dosierer, das Zellenrad, mit in die Werkstatt. Lassen Sie den Dosierer offen, damit er gut abtrocknen kann. Zum Thema Hydraulik ist es wichtig, einmal Hydraulikkomponenten am Fronttank und an der Tempo hinten an der Seeschiene auf Dichtigkeit zu kontrollieren und Leckagen abzustellen. Des Weiteren sehr wichtig ist, wenn wir die Maschine in Winterschlaf schicken, einmal vorher zu kontrollieren, den Sitz der Düngerschare und natürlich auch der Arregate. Und ganz wichtig, die Schrauben mit 240 Newtonmeter einmal nochmal nachzuziehen, um eventuell Probleme aus dem Weg zu gehen. Wichtig auch ist, dass wir den Deckel abnehmen, damit schonen wir die Dichtung, ebenfalls die Dichtung im Deckel vom Sarkutbehälter. Sinnvoll ist das, kleiner Tipp aus der Praxis, den Deckel im jeweiligen Tank überwinter liegen zu lassen, damit man nicht die Deckel vertauscht, weil es bei der Tempo V unterschiedliche Deckel gibt, rechte und linke. Das gleiche mit dem Mikroanlatsstreuer. Des Weiteren ist es wichtig, den Sarkutsensor zu reinigen mit der mitgelieferten Flaschenbürste und auch darauf zu achten, dass die Fangrolle hinten hinter der Seescheibe entlastet ist. Entweder die Feder ausgehakt ist oder eben die normale Fangrolle so weit gelöst ist, dass sie nicht auf dem Boden steht. Bei der mechanischen Schadung ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Schadung entlastet ist, gegebenenfalls der Bolzen umgesteckt wird oder bei der hydraulischen Variante der Druck runtergefahren wird, um das ganze Aggregat, die ganze Dämpfung zu entlasten. Hier noch ein Wort zur Batterie. Wichtig ist bei der Batterie, dass die nach der Saison ausgebaut wird, am besten wie gesagt ganz ausgebaut wird und mit reingenommen wird ins Büro, damit sie über Winter warm und trocken gelagert werden kann. Jetzt kommen wir zur Lichtmaschine. Die Lichtmaschine verbirgt sich hier in dem Deckel. Dabei ist wichtig eine Sichtkontrolle. Einmal ausblasen unter staubigen Bedingungen, wenn wir gefahren sind und den Keilriemen hinter dieser Abdeckung, die zu lösen ist, einmal den Keilriemen zu kontrollieren auf den guten Sitz. Zum Schluss, wenn wir mit den Checks, die wir eben durchgegangen sind, fertig sind, gehen wir noch einmal komplett um die Maschine, kontrollieren nochmal diverse Verschraubungen, diverse Verbindungen auf Verschleiß. Hierzu finden wir in der Parts News aus dem Dezember viele hilfreiche Tipps und Informationen. So, das war es von meiner Seite aus. Dann übergebe ich nochmal zurück an Lasse Steinbach. Vielen Dank Sönke für den letzten Part dieses Online-Trainings. Ich möchte mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich bin mir sicher, dass mit dem Know-how, welches wir heute an Sie weitergegeben haben, der erste Schritt in die Saison getan ist. Natürlich werden wir und unsere Vertriebspartner Sie auch zu Beginn der Saison tatkräftig unterstützen. See you in the field! Die Saison hat superst checks, dass wir nicht mehr aufgreifen, sondern wir müssen bis die Saison. Die Saison-Trainingsarien gemacht werden müssen, der erste Schritt in die Saison finden. Die Saison ist nicht immer mehr, was für die Saison gekommen. Die Saison-Trainingsarien und die Saison-Trainingsarien auf dir geht, wir müssen die Saison. Die Saison-Trainikarien haben sich noch einmal im Hintergrund von den Saison getrennt. Die Saison-Trainingsarien, die Saison-Trainien haben duriert, einen Teil der Saison und die Saison herbertragendenatanent. Die Saison-Trainien werden able-e Therapierungen interessiert. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018